da kann ich ja gar nichts mehr sagen das wäre ja blöd war für den buch ist becker oder was das war bilder und und mehr 1 1 8 die Leute sind da Gerade hier unten sind überall Kanister und so ein Scheiß. 100! Ich bin raus. Ich kann mich nicht mal mehr zurück. Ich bin dort. Äh? Was war das denn jetzt? Alter, was? Was stimmt nicht? Was stimmt hier nicht, Alter? Ich will aussteigen. Der bleibt unter dem Auto. Dieses Auto explodiert einfach. Ey, what's the check? Für mich die, dass ich das LTS verlasse. Jaja. Stirb! Das ist für eine Aktion. Ein schlecht gemachter Sumo-Nachmach-Dings. Du hast mich raus. Du hast einfach nur Sumo gelesen. Du hast gedacht, gut, probieren wir mal aus. Ja. Du hast aber andere Fahrzeuge nehmen müssen, als dieser Supersport-Magen, die sowieso so flach sind. Du fliehst ja vorne drüber. Ja, ich hab das doch nicht erstellt. Nee, alles gut. Das war, man hätte andere Fahrzeuge nehmen müssen. Ja. Ich hab das mal versucht. Ich fall da runter. Das Auto mit dem Dach liegen. Ich will aussteigen. Meiner bleibt beim Aussteigen. Auf dem Boot, auf dem Bauch liegen. Und das Auto explodiert einfach. Ich spore irgendwo hin. Enrico brennt. Also irgendwas stimmt da nicht. Du musst echt aufpassen, dass du nicht da zu schnell drüber fährst, bei den anderen Lagen. Ist ein bisschen enger hier alles. Boah, Alter. Nein. Das ist nicht wahr. Ich hab hier drin. Ich hab hier drin. Hey, das ist das Problem. Ich kann... Das ist ja jetzt blöd. Ich kann mich raus. Das ist das Problem an der Scheiße. Steigt da aus. Keine Chance wegzumachen. Danke. Nein. Warum? Ach, Mann. Das war eine schnelle Runde. Das war eine geschenkte Runde. Vorher ich mir nicht. Das ist wirklich was gemacht. Doch. Ich hab mich angekesselt. Ich hab mich fast überfahren. Ja, ich bin fast vom Dach geschoben. Da hatten wir einer von hinten angeschubst. Na Kev, deine Parkleistung war ja sowieso. Na ja. Ein bisschen, ist ein bisschen wenig. Ja, Rigo. Was ist aber geil, Fink. Ja, Rigo. Du läufst einfach übers Dach weg. Und haut uns auf die Autos ein. Fink, Golfschläger. Fahrlich. Es war Spaß, um was da drauf einzuschlagen. Ich hab ja gedacht, das hätte zu dir vielleicht irgendwo. Ja. Na Kev, nicht mich anschieben. Den Gegner. Ich mach doch gar nichts. Ich bin da gerade, ich fahr vorwärts. Oh, Alter. Jetzt hab ich das auch so gerade. Ich hab das auch so gerade. Ich hab das doch. Jetzt sagst du. Nein. Tschüss. Maury, bist du noch da? Ja. Hat dich. Alter. So. Kommt sich doch wieder hoch. Nein. Das war's. Ich bin auch tot. Maury, ich leben noch. Ja, ihr lebt noch. Ich nicht mehr. Also, mehr oder weniger. Nicht. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. No. Tjesung. Gewonnen. Boah, das letzte. Wow, Markus. Keine Angst. Enrico, würdest du jetzt vielleicht ohne Auto wählen? Ach man, nee. Ach man, nee. Ich hab's heute nicht mit Auto. Neee! Ich hab's heute nicht mit Auto. Nee, darf schon der Kevin sein. Hä? Was? So. So. Komm mal raus hier. Hahaha. 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 Doch, wenn ich raus. Aber das war's auch eigentlich. Oder hab ich auch. Ja, ja. Da hab ich auf jeden Fall beide eine rausgeschrieben. Rico du hast gewonnen. Ich bin nämlich. Huiiii. Ich fahr durch die Stadt. Mein Auto ist noch ganz. Huiiii. Ich sehe aber auch später. Wo seid ihr? Ja, ich bin von der Plattform gerutscht. Ich weiß. Habe ich auch mit Absicht gemacht. Ja. Da ist der Markus. Hahaha. Hahahaha. Hahaha. Ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Ich fand noch Markus hat sich gedacht. Mach mal in der Stadtplatzbattle weiter. Ja. Da wollte ich gerade das gleiche machen wie der Kev mit mir. Aus der Koche ziehen und verprügeln. Nee, ich wollte dich mit runter schieben. Wollte dich dann runter schieben, hat's die Karre. Oh, wie's mit dem Arsch wackeln kann. Hm? Naja, das ist bekannt. Das kann sie gut. Oh. 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 Oh.